Das Einzige, was wir hier nicht machen, sind Reifen. Obwohl bei uns alles rund läuft. Er soll die Lust an der Mechanik, an der Elektronik, an der Technik mitbringen, ganz klar. Wie man so sagen kann, er soll ein Schrauber sein, offen sein für alles Neue. Mir macht es Spaß zu machen, etwas zu erschaffen, mit den Händen zu arbeiten und nachher das Ergebnis zu sehen. Also für die Dampf, Wasser, alle sind da zuständig und da spricht halt der Job halt schon für sich. Ich habe auch hier Freunde, deswegen macht mir das auch Spaß hier rein zu kommen, weil ich da nicht bloß Arbeitskollegen treffe, mit denen ich meine Arbeit teile oder meinen Beruf teile, sondern auch andere Interessen teile. Das Ganze habe ich mir so auf die Fahne geschrieben und möchte ich so machen, dass meine Mitarbeiter motiviert und gesund abends um 16 Uhr wieder nach Hause können. Und wenn ich diese zwei Sachen erreiche, dann ist meiner Meinung nach schon alles klar. Wenn dich das Video angesprochen hat und du in einer Hammer drüber arbeiten möchtest, dann bewirb dich bei uns. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.